Graf Casimir Felix von Badeni war 1895 bis 1897 Ministerpräsident des österreichischen Teils der K.U.K. Monarchie. Bekannt ist er für die badenische Wahlrechtsreform und die badenische Sprachenverordnung vom 5. April 1897 im Spannungsfeld des Nationalitätenkampfes des Vielvölkerstaates. Leben. Badeni schloss sein juristisches Studium an der Universität Krakau mit dem Doktorat ab und trat 1866 in den Staatsdienst ein. Er arbeitete im Innenministerium und im Ackerbauministerium, wurde 1871 Bezirkshauptmann in Olkiv dann in Ressow. 1879 Stadthalter, Delegat und Hofrat in Krakau bis 1888 lebte er auf seinen Gütern. Badeni war mit der gebürtigen Schwedin Alice Elisabeth Anka Krona vereheligt. 1920 ging sie mit Karl Albrecht von Habsburg-Altenburg die zweite Ehe ein. Badeni wurde 1888 von Kaiser Franz Josef I. zum K.K. Stadthalter im Königreich Galizien und Lodomarien ernannt. Er folgte am 30. September 1895 auf Wunsch des Kaisers Erich Graf Kielmannseck in das Amt des K.K. Ministerpräsidenten. Badenische Wahlrechtsreform Als Ministerpräsident leitete er 1896 eine Wahlrechtsreform ein. Es wurde eine fünfte allgemeine Wählerklasse für alle über 24 Jahre alten männlichen Staatsbürger eingeführt. Die bis dahin existierenden vier Wählerklassen waren Großgrundbesitzstädte, Handels- und Gewerbekammern sowie Landgemeinden. Die neue, fünfte, Wählerklasse umfasste 72 der 425 Mandate des Abgeordnetenhauses. Als Folge dieser Reform erfuhr das Abgeordnetenhaus eine Vergrößerung und eine politische Umschichtung fand statt. Da insbesondere Sozialdemokraten und Christlich-Soziale von der neuen Wählerklasse profitierten. Die politischen Konsequenzen der badenischen Wahlrechtsreform können in ihrer Bedeutung gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Sie führte nämlich zu einer völligen Umgestaltung der österreichischen Parteienlandschaft. Hatten sich bis dahin die Abgeordneten im Rahmen des Systems der Honoratiorenparteien im Parlament zu ehelosen Fraktionen zusammengeschlossen. So machten die nunmehr veränderten Erfordernisse der Wählermobilisierung die Herausbildung festgefügter, strafforganisierter Massenparteien notwendig. Damals bildeten sich jene drei politischen Lager heraus, welche die innenpolitische Landschaft Österreichs bis in die 1980er Jahre prägen sollten. Sozialdemokraten, Christlich-Soziale und Deutsch-Nationale Insbesondere Sozialdemokraten und Christlich-Soziale fanden ihre Anhänger in der neuen allgemeinen Wählerklasse. Konnten mit einer ihrer wahren Bedeutung entsprechenden Stärke aber erst ins Parlament einziehen. Als das allgemeine Männerwahlrecht auch ein gleiches geworden war, dies war 1907 der Fall. Badenische Sprachenverordnung nach der Niederlage im Deutschen Krieg von 1866 war die politisch geschwächte Herrschaftsschicht höchste Reichs gezwungen, den Ungarn entgegenzukommen, die zwar die Krone anerkannten, aber nicht von einer Regierung in Wien abhängig sein wollten. Dies geschah durch den 1867 erreichten österreichisch-ungarischen Ausgleich. Das ungarische Beispiel vor Augen verlangten nun auch andere, slawische Nationalitäten innenpolitische Eigenständigkeit. Insbesondere die tschechische Nationalbewegung war enttäuscht, dass ihre Loyalität zu Österreich im Krieg von 1866 nicht mit der Gleichstellung mit den Deutschen und Ungarn der Monarchie belohnt wurde. Die Deutschen in der Donaumonarchie dagegen empfanden die Bemühungen um eine verstärkte Eigenständigkeit der tschechischen Kultur immer stärker als existenzielle Herausforderung. Einen ersten Höhepunkt fand diese Auseinandersetzung im Streit um das Tschechische als Behördensprache neben dem Deutschen in Böhmen und Meeren. Als K.K. Ministerpräsident bewirkte Baden in seiner Funktion als Innenminister die Verordnung der Minister des Innern, der Justiz, der Finanzen, des Handels und des Ackerbaus vom 5. April 1897 betreffend die sprachliche Qualifikation der bei den Behörden in Böhmen angestellten Beamten. Die Verordnung war von Innenminister Baden, Finanzminister Leon Bielinski, Ackerbauminister Johann von Ledebur-Wicheln, Justizminister Johann Nepomuk-Gleichbach und Handelsminister Hugo Glanz von Eicher unterzeichnet. Eine ähnliche Verordnung machten die fünf Minister am 22. April 1897 in Meerenkund. Zuvor hatte Justizminister Karl von Stremaier 1880 gemeinsam mit K.K. Ministerpräsident Eduard Tarr für die Stremaiersjensprachenverordnungen erlassen. Damit wurde, wie der christlich-soziale Publizist Friedrich Funder später erläuterte, die äußere Dienstsprache festgelegt. Verwaltungsbehörden und Gerichte in Böhmen und Meeren hatten die Pflicht, mündliche und schriftliche Parteienvorbringungen in derselben Landessprache, in der sie erfolgt waren, zu erledigen, allgemeine Kundmachungen. Soweit sie nicht einzelne Bezirke oder Gemeinden betrafen, hatten doppelsprachig zu sein. Badenes Verordnung bezog sich nun auf die innere Dienstsprache, die auch im inneramtlichen Verkehr die Behandlung mündlicher oder schriftlicher Parteianfragen und Eingaben anstatt in der bisherigen, ausschließlich deutschen Behandlung in der Sprache des Vorbringers verlangte. Anführungszeichen. Daraus folgte die Bestimmung, dass in Zukunft alle Beamten beide Landessprachen zu beherrschen hatten und vom 1. Juli 1901 an nur Bewerber aufgenommen werden sollten. Die beide Sprachen konnten, Badeni Krawalle. In den 77 deutschen Gerichtsbezirken erhob sich ein Proteststurm, weil die deutschen Beamten nur selten Tschechisch konnten und deshalb ein Zustrom der gewohnt zweisprachigen tschechischen Beamten befürchtet wurde. Es kam vor und nach den sommerlichen Parlamentsferien zu Ausschreitungen im Reichsrat und zu Massendemonstrationen in Wien, Graz und Prag. Eine offizielle Wiener Polizeichronik, die sich vor allem auf den November 1897 bezog, bewertete die Ereignisse in der Zwischenkriegszeit so. Im alten nationalen Kampfe zwischen Deutschen und Slaven lösten die Versuche Badenes den Slaven vor Rechte einzuräumen, gewaltige, den Staat bis 1 Mark erschütternde Vulkanausbrüche aus Wache musste in aufreibendem und opfervollem Kampfe die Ruhe herstellen. Anführungszeichen Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Badeni Krawalle in Wien in einem Text aus gleicher Quelle nur mehr Beispiel für die nationalen Demonstrationen unter Führung der Studentenschaft und für die häufigen deutschen nationalen Kundgebungen gegen die Tschechen. Badeni reichte am 28. November 1897 ein Rücktrittsgesuch ein, aufgrund dessen das Ministerium Badeni zwei Tage später vom Kaiser enthoben wurde. Anlässlich der Enthebung drückte Franz Josef am 30. November 1897 in einem tags darauf veröffentlichten allerhöchsten Handschreiben Badeni für seine hingebungsvolle Treue, für reale, beharrlichen, opferwilligen Pflichtteifer und für loyale Ergebenheit und Anhänglichkeit seinen wärmsten, anerkennendsten Dank aus und versicherte ihn seines aufrichtigen, unwandelbaren Wohlwollens bis 1918 ungelöstes Problem. Österreich geriet nun in eine Staatskrise, die K.K. Ministerpräsidenten wechselten in kurzer Folge. Die Sprachenverordnung wurde von Badenes Nachfolger im Amt Freiherr Paul Gautsch von Frankenturn am 24. Februar per 15. März 1898 gemildert und schließlich am 14. Oktober 1899 von Ministerpräsident Manfred von Clary-Eildring ganz aufgehoben. Funder kommentierte, bis 1900 waren seit 1897 drei Regierungen, Gautsch, Thun und Clary-Eildringen, an der Hinterlassenschaft Badenes verblutet. Graf Kerry hatte die Sprachenverordnungen beseitigt und gegen die deutsche und tschechische Obstruktion eingetauscht. Es wurde daher teilweise mit Notverordnungen regiert, über Prag wurde der Ausnahmezustand verhängt. Die Sprachenverordnungen waren auch der äußere Anlass für die deutschen Nationalen um Georg Ritter von Schönerer. Die Los von Rom-Bewegung zu proklamieren, ein österreichisch-tschechischer Ausgleich wurde zwar weiterhin angestrebt, jedoch nie erreicht. Die Deutschen Böhmens und Mehrens beanspruchten, obwohl dort in der Minderheit, gemeinsam mit den Deutschen in den deutschen Kronländern die Führung in Cis-Lithenien und lehnten die innenpolitische Eigenständigkeit Böhmens und Mehrens ab. Dieser Konflikt konnte bis zum Ende des Ersten Weltkrieges nicht gelöst werden. Das deutsche Element war allerdings im Herbst 1918 zu schwach, die nunmehr komplette Unabhängigkeit der neuen Tschechoslowakei zu verhindern oder die beanspruchten deutsch besiedelten Randgebiete Böhmens und Mehrens tatsächlich zu gewinnen.